Hier könnte ein Intro sein, aber das wäre Aufwand. Viel Spaß. Haben wir einen Mod? Nope. Ja, wir haben ganz viel Security. Cosplay war sch... Alter, es ist, es ist, keine Ahnung, 35 Grad oder so. Ich mache heute noch kein Cosplay. Samstag wird es kühler. Notch traut sich nicht. Es gehören die Leute hinter dir alle dazu. Äh, der ist das Pen, das ist Rue, Chogo hält die Cam. Pen. Wir haben eigentlich auch noch mehr Leute, aber ich weiß, was die sind. Keine Ahnung. Hä, ich habe schon voll viele Fotos mit Leuten gemacht. Also was heißt voll viele? Ein paar. Ah, ich habe was Dumme... Ich habe was Dominantes an mir. Alter, haben wir überhaupt einen Mod da, gerade? Nein, es gibt immer noch keinen. Aber ein Mod wäre schon gut. Das hast du gut erkannt, Kimberly. Weil ich eine Lusche bin. Oh, wie schön. Noch ein Gliedermaßstab. Dankeschön. Noch einer. Meinst du, den kann ich zu einem Kreis machen? Ach, ich habe zu Hause. Okay. Ja, ja, nein, nein. Kann ich noch ein Bild mitnehmen? Ja, ja, klar. Kein Problem. Ja, wunderschöner Rucksack. Hallo. Ach, wir sind scheiße. Was ist denn da? Kannst du mal halten? Du kannst ja dunkel, wenn ich mich reinkriege. Ich mache mich wieder mal aufs Traum. Hört schon mal. Hört schon mal. Okay, okay, okay. Pack aus. Oh, geil! Es sind Neikletten. Ja, und ich habe noch vier Kürze. Eine Katze. Ich wollte eigentlich so einen Fisch kaufen, der ist so bewegt, aber die hatten nicht mehr dabei. Wie süß. Dankeschön, das ist sehr lieb von dir. Kein Problem. Warte, da ist Mauki. Mauki! Oh mein Gott, hi! Wie geht ihr? Hallo. Hallo. Na du. Konja. Ja. Guck mal, ich habe dir extra das Mike gekauft, was du hier bist. Ach du Scheiße. Nein, nein, ich mache mein Arsch. Ja, mache ich auch. Von irgendjemandem muss ich ja lernen. Toll, was ist das für eins? Das ist das rote Wireless Go, das ist voll gut. Oh, ich will auch gucken. Mann, der kennt einfach Feinshit. Was ist das denn? Was ist das für eine Auflösung? Wir, wir, ich habe, ich gucke mal so. Äh, so geht das noch. Alter, voll die krassen Streamer, Alter. Oh mein Gott. Richtig krank. Ich weiß jetzt nicht so, ob das so kurz ist. Nein, doch. Aber okay. Wie lange bist du schon hier? Ähm, wir sind gestern angekommen und jetzt war ich aber gestern noch nicht hier, weil, wir sind erst um 19 Uhr angekommen oder so. Für mich heute der erste Tag und direkt so voll. Das ist ganz schlimm, oder? Ja, das ist schlimm, ja. Menschen, so als Streamer ist man nicht gewohnt. Ja, am Samstag holte ich da nochmal Cosplay hin. Samstag wird es ein bisschen kühler. Was? Was machst du? Kaiser. Aus Leak. Mit den Flügeln. Mein Beileid. Gehst du auf einen Wettbewerb? Nee, man muss sich ja, glaube ich, immer vorher anmelden, oder? Und ich habe das Cosplay immer nur so ein paar Minuten vorher fertig. Hallo. Hallo. Hi. Notch. Guten Tag. Also ich habe jetzt, mein Chat hat mich die ganze Zeit dazu gebracht, dass ich mich irgendwo suche. Ja, ich habe schon gelesen. Ich bin extra aus Madeira nur wegen dir. Ich wünsche dir auch viel Spaß. Ja, ich dir auch. Gleich am Samstag und Cosplay. Bis dann. Bye-bye. Ich watschel immer. Ich laufe wie ein Pinguin. Ich weiß nicht, ob ich normal laufen kann. Wieso laufe ich wie ein Bauer? Wieso laufe ich wie ein Bauer? Wie eine Ente? Ja, aber wie ein Bauer? Sag mal. Wie läuft man denn normal? Ich finde den Entengang super. Immer nur. Immer mobbt der Chat nur. Immer, immer mobbt der nur. Ist unglaublich. Egal wo ich bin. Wo ist Penn eigentlich hin? Hat Penn uns wieder geditcht? Ja, Penn ist wieder abgehauen. Warte, wo? Ach so, ja. Der ditcht uns immer für Mango. Immer. Ja, wir machen uns hier nicht lustig darüber, wie die Leute aussehen, okay? Ihr könnt euch darüber lustig machen, wie ich aussehe. Das ist eine andere Sache, aber ihr dürft auch über Matadors Nippel reden. Ey, wenn da jetzt eine Nachricht von Nippeln kommt, ne? Ohne Witz. Nice Nippel, Bro. Ey, nice Nippel, Bro. Wer war's? Wer war's? Das war Kiri. Ich sag das Kiri war. Nipplador. Wer? Wer war's? Nippeldor, Jona und Dodo. Jona. Ich meine. Selbst auf der Gesicht schreit Kim Rund. Gar nicht. Das sieht aus wie ein Penis. We love Fortnite. We love. Bist du Bimbalin? Speedrunning. Speedrun. Ja. Manchmal. Okay. Can you? Ich will den Chat nicht im Gesicht haben. Das niedert mich ab. Ihr seht heute wunderschön aus. Hab ich euch das schon gesagt? Hast du da auf dem Handy-Display gesehen? Der hat von Streamerinnen und so, hat der so ein Bild von den allen. Und er hat mich gefragt, ob ich das auch für ihn mache. Was willst du? Hey. Was sagen? Hi Lenny. Hey. Hallo. Alles klar? Wie geht es dir? Bist du? Ja, ich hab das Mikro. Du hast... Schickes neues Tattoo. Dankeschön. Guter Themenwechsel. Tattoos sind gut. Wann hast du dein erstes Tattoo? Weiß ich noch nicht. Wollte vielleicht was auf Naruto. Gut. Ja, Naruto ist sehr gut. Ist gut, oder? Ja. Das Ganze jetzt noch unnötig awkward, indem wir so tun, als wäre das super awkward. Weiß ich. Das war der gute Lenificate. Elf, ungefähr. Was? Pen! Mal gucken. Ich sag nochmal Bescheid. Ähm. Ne. Ey. Hey. Hallo. Ich bin ja da. Na, hast du uns wieder für Mango gedreht? Der ist gerade auf einer Bühne. Ja. Ne, das ist nicht mein Bruder. Das ist Unge, ja. Das ist Unge. Genau. Was geht? Hallo. Na? Wie geht es dir? Gut. Und dir? Das freut mich. Wie geht es der Frau? Super. Und Kind? Kind ist noch nicht vorhanden. Scheiße. Ah ja. Meinst du die Penisse? Ja, ich meine die Penisse. Ach so, ja. Ne, ich habe noch keine gekauft. Das war der, das war, genau das war Gronkh. Wir haben alle. Wir haben alle. Kannst du das mit mir machen? Ja klar. Kein Problem. Dankeschön. Schönen Tag. Ja, ich werde so abgehandelt wie so Fertigessen. Boah. Die ist kaputt, die Brille. Die ist immer kaputt. Alter Gott. Ich halte es nicht mehr aus. Der hat eine kaputte Hose an, kaputte Sonnenbrille. Ich habe die Brille mitgenommen. Jetzt sehe ich nicht wirklich unbedingt viel mehr. Junge. Das ist alles schärfer. Okay. 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 Lächerlich. Jetzt sind wir schärfer. Ja, Chad. Was? Die erste Generation. Der hat ja gesagt, dass man das kann mit dem. Ich habe immer ein bisschen Angst. Er meint, es geht. Ich kann ja, er meinte, das ist ein sehr guter Zollstock. Vielleicht. Was sind schon die Kosten von einem Zollstock für Entertainment? Ich will ihn nicht kaputt machen. Da steht, du bist die Beste drauf. Er wäre kaputt gegangen. 100 Prozent. Warte. Ich bin nicht die von TikTok. Können wir ein Bild machen. Bist du nicht der Keck aus dem Chat? Warte, was? Hä? Nein. Keine Ahnung. Nein. Nein. Drei, zwei, eins, go. gib mir doch wenigstens bisschen Hoffnung. Ich habe noch nichts... Sie haben aufgehört. Ja, mein Zollfels. Hallo. Ja, das ist leider nichts, ich bin am Verrückter gehört heute. Das ist sehr hoch. Super, danke. Kein Problem. Goddammit. Jetzt sind die Flügel befestigt. Ich habe hinten an meinem Rücken so eine Platte. Und die Flügel haben zwei Stäbe, die schiebt man da rein. Und an den Schultern sind noch Klettbänder. Die Flügel ist relativ stabil. Ich muss die ganze Zeit wie so eine Ente laufen. Ich meine, ich laufe normal auch wie eine Ente. Aber jetzt ist es noch schlimmer. Ich hau hier eben in die Fresse mit den Flügeln. Ja, ganz plott, wir sind gerade live. Alles gut. Ich weiß nicht, dass du deine Schulterteile abfliegen. Nee, gar nicht. Die sind superfest. Die fliegen nicht ab. Die sind ... Nee. Nein. Da passiert nichts. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wo ist Penn? Weiß ich nicht. Der ist den ganzen Tag schon unterwegs. Du musst mit den Flügeln nicht aufpassen. Ich muss... Alter. Keck. Können wir den Flügel machen? Ja, können wir. Auf geht's. Perfekt. Kein Problem. Mir ist heiß. Hi. Ja, Lost Kitten. Guten Tag, wie geht's dir? Ich bin verschwitzt. Ja klar, natürlich. Ja, wir sind gerade live. Nur so, damit du Bescheid weißt. Das wäre super. Achtung. Welche Charakter sind Sie? Kaiser aus League of Legends. Kaiser aus League of Legends. Wir machen ein Foto. Ja, wir machen gerade ein Foto. Super, nein, Sie früßt gut aus. Dankeschön. Weißt du, ich dachte schon, ich bin klein. Aber ich habe Sonja getroffen, ich habe Jen getroffen, wir haben Mauki getroffen. Alle swole, oder? Ja, alle. Obwohl, das hätte ich dich größer vorgestellt. Ich habe auch Hackmann, ja. Ja, aber krass. Ich habe mich deswegen, du bist auch nicht swole. Oh, jetzt brauche ich es. Ich schlag die ganzen Leuten ins Gesicht. Aber so kannst du die Leute auch von dir so teilweise wegfahren. Ja, ja, das stimmt. Das ist Schutz. Ja, genau. Defense System. Ja, sehr cool. Ja, hat mich gefreut. Ja, mich auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag wieder. Ich dir auch. Dankeschön. Ciao, viel Spaß noch. Danke dir auch. Ich schlag wieder Leute. Will ich nochmal Cosplay zeigen? Ich weiß nicht, ob jemand hinter mir steht. Schick, oder? Ich muss nur gucken, dass ich keinen umniete. Farming Simulator, yeah. Sick. Oh, guck mal Leute. Geil. Nein. Das ist ja warm. Bock auf den Trecker? Boah, nein. Oh, nein. Oh. Heute, heute hat mich irgendein YouTuber gefragt. So, also so Straßenumfragen mäßig, ne? Und ich war zu überfordert, um Nein zu sagen. Deswegen habe ich einfach mitgemacht. Und er hat mir Bilder von Männern gezeigt. Und dann sollte ich mir den letzten aus... Oh mein Gott, das war so cringe. Ah, wo habe ich das getan? Hier ist Internet-Kacke. Ja. 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 Kannst du eventuell mal dein Team vorstellen? Komm her, Elli. Komm her, Tante Elli. Das war auf den Schoß, oder? Fett. Das ist... Elli? Vielleicht wird es nie will. Wie alt bist du, Elli? Ich bin 21. Hi. Elli ist älter als ich? Das schockiert mich immer noch. Ich weiß nicht, das kann ich überhaupt nicht zuordnen. Elli ist hauptberuflich Mod. Nee. Tatsächlich, ja. Ne, wo bin ich Student? Genau. Studiert. Ja. Wir sind auch... Das ist eigentlich der actual Größenunterschied. So ist es richtig. Elli süß. Fiora cosplay. Ja. Nächstes Mal gehe ich als Jumi, dann kann ich mir mal wieder herlaufen. Genau. So. Jetzt weg mit Elli. Wir wollen... Komm her, Matt. Das ist Matt. Matt ist ähm... 35. Kann sie nicht statt dir streamen? Ja, an sich schon. Das ist aber... ja, verständlich. Matt mit Zwiebeln. Genau. Hä? Mehr muss man eigentlich nie wissen. Ja. Ich hab meine Ehre schon gesehen. Also... Ja, das stimmt. Ich bin ja nichts anderes. Master Bisbee? Der kann nicht, der muss modden. Moddest du gerade? Ja. Bisbee hört nie auf zu modden. Bisbee ist Profi-Mod. Mehr oder weniger. Natürlich. Wie alt bist du Bisbee? 19. 19. Bisbee kann jetzt wieder sehen, weil Bisbee seine Augen gelasert hat. Vorher war ja ein Maulwurf. Das ist richtig. Aber das ist okay. Ja. So. Möchtest du noch oder lieber nicht? Den lieben Grandsari kennt man schon. Außerdem seid ihr immerhin, Chat. Ich sehe, der Bre gerade gedacht hat, was die Leute sich allgemein denken. Ich sitze hier einfach in der Mitte auf irgend so einem komischen Stuhl rum. So. Wann sehen wir das Cosplay von hinten? Wie wäre es, wenn du einfach mal einen Spiegel nimmst, Tee? Wie wäre es, wenn du einen Spiegel nimmst und dir dann einfach mal dein eigenes Arschloch anguckst? Anstatt meins. Das wäre gut. Dankeschön. Ich wollte fragen, woher du den Suit hast oder ob du den selber gemacht hast. Was? Was? Alles gut. Ob du den selber gemacht hast oder gekauft hast? Was? Den Suit? Selber genäht. Alles. Okay. Das ist alles selber gemacht. Meine Flügel sind auch da hinten. Ja. Das ist mit Stofffarbe. Das war nicht ganz so wichtig. Deswegen ist es mehr hingerotzt. Aber es passt schon. Ja. Danke schön. Gerne. Ihr seht auch toll aus. Danke schön. Wünsche ich euch auch. Tschüss. So. Ah, noch ein Dino. Hallo. Hi. Guten Tag, Luca. Wie geht's? Mir geht's wunderbar. Perfekt. Ja, mir auch. Ja. Ich habe Rüstung. Ja, siehst du? Also ich sehe leider nicht viel. Ja, ja. Es ist der zweite Dino heute. Echt? Mama? Ja. Scheiße. Ich kann nicht rennen. Ich kann leider nicht rennen. Ich dachte der Dino will ein Foto, aber er wollte mir einfach nur auf den Sack gehen. Nein. Ja, ja. Ja, ja. Scheiße. Entschuldigung. Der war funny. Ich habe Kontakt drin, ja. Das ist lieb von dir. Kann man werfen, ne? Chat, er liebt euch. Wenigstens einer, der euch liebt. Ken, gib mir einfach den Stuhl. Die nächsten paar Wochen will ich erstmal nichts mehr mit Cosplay zu tun haben. Hey. Ich habe gesehen, deine Frau kümmert sich nicht um dich. Hast du Durst? Willst du einen Cola? Ne, es geht. Ich darf nur nicht zu viel trinken, weil ich kann nicht auf Toilette gehen. Oh, das ist schlecht. Aber ein Wasser wäre doch gut, oder? Wir haben Wasser eigentlich. Ihr habt Wasser, okay. Alles klar. Okay. Nett, I guess. Moment. Hi. Natürlich. So, wo soll ich? Einfach nur hier? So. Vielen Dank. Kein Problem. Schönen Tag noch. Hi. Natürlich. So, kannst du den Deckel abnehmen? Ich kann das nicht so gut. So, warte mal. Kann ich so beschreiben, ich darf. So. So, geht schon. Dan Ewing. Ja. Nicht vergessen. Unlustig plus kein Talent, Viewer. Ja, dann solltest du auch streamen, mein Lieber. Dann läuft es bei dir aber richtig, denn du bist weder lustig noch hast du Talent. Das ist doch perfekt. Super, du hast deinen Job gefunden, mein Lieber. Du wirst das nächste Mal Millionen machen. Der Dino ist zurück. Hi. Okay. Also, ich habe gehört, wir wollten ein Bild vorhin machen und weggelaufen. Das sagen die da gerade. Ich dachte, du wolltest ein Bild machen. Die haben mir gerade gesagt, du wolltest ein Bild machen, deswegen wollte ich jetzt entschuldigen kommen. Okay. Okay, dann machen wir jetzt ein Bild. Die haben das gesagt, das sind mir nicht stolz. Ich dachte, das wäre gemein gewesen, hätte ich gehört und weggelaufen. Ja, nein, das war sehr gemein. Ich hasse dich eigentlich. Okay, du darfst wieder aufstehen, Sklave. Er soll mal Liegespitzen machen. Perfekt. So. Ach du Scheiße. Und jetzt einfach weg sind. Ich bin fort mit dir. Ich will dich nicht mehr sehen. Ich will dich nicht mehr sehen. Ich will dich nicht mehr sehen. Piss dich. Oh, try humping the floor, yes. Hell, yeah. Gut siehst du aus. Hi, Kevin. Hi, guten Tag. Was dagegen, wenn wir ein Selfie machen? Nee, ist vollkommen okay. Ich kann es nur nicht halten, weil ich... Danke dir. Kein Problem. Du hast einen super Job. Danke schön. Ich geh mein Bestes. Danke dir. Oh. Hat er nur Haare fotografiert? Nee, es war legit. Nicht gut, Chat. Nicht gut. Nicht gut. Also, also, also... I don't know. I don't know. Jetzt seh ich darauf wie ein richtiger Penis aus. Also, wie so ein richtiger Daumen. Einfach ein Daumen sich aus. Fucking hell. Passiert. Und... Diese eine Art von Typen? Ja, geht. Also, die Messe ist auch bald durch, ne? Wir müssen bald los. Ähm... Ja. Wir haben 15 Minuten, da müssen wir raus. Und ich bin auch live. Ich wollte... Ich hab den Stream gestartet und dachte, ich mach eine halbe Stunde oder so. Und jetzt sind wir, ähm... Ja. Zweieinhalb. Ja. Zweieinhalb Stunden da. Hübscher Daumen. Danke. Danke dir. Leute. Ich würd sagen, weil wir noch raus müssen, würd ich jetzt sagen, wir ähm... gehen jetzt ins Bett. Nein. Ähm... Ich glaub, ich verabschiede mich erstmal. Ich bin morgen vielleicht noch kurz da. Ich werd's auf Insta posten. Ausrufezeugen Insta... Ähm... Ich danke euch, dass ihr da wart. Es war mir wieder ein innerliches, ähm... Keks begrüßen. War wunderschön. Ähm... Freut mich, dass ihr alle da wart. Ich hab's super enjoyed. Ähm... Gamescom war super. Wer auch immer mich getroffen hat. Es hat... Es hat mich sehr... Es hat mich sehr gefreut. Es war... War... War super. Finde ich toll, mal die Leute kennenzulernen. Ähm... Ja, nochmal ne Komplettaufnahme im Sitzen. Ja, machen wir gleich. Machen gleich. Äh... Leute... Falls ihr morgen noch da seid, äh... Und mich kurz seht, könnt ihr gerne kommen. Ist vollkommen okay. Ähm... Ich sag euch, falls ich Stress habe, könnt ihr mal fragen. Ich wünsche euch sonst noch einen wundervollen Tag. Geht noch geil essen, falls ihr hier seid in Köln. Kann ich ihnen empfehlen. Und bis Sonntagabend, denk ich mal, wieder zu Hause. Und bis zu Hause. Und bis dahin.